Ja, okay, 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 mal gucken. Bologna, vielen Dank. Wartet, ich muss jetzt irgendjemanden finden. Wo ist dieser Kurt-Ibu-Alter? Warum macht er? Er macht immer seine Anfragen aus, Leute. Er macht immer seine Anfragen aus. Mein Bruder Momo aus der Schweiz. Wie geht's dir, Bruder? Assalamu alaikum, Bruder. Bruder Momo. Ja, Bruder, siehst du. Engel wurde besiegt, ja. Was soll ich dir dazu sagen, Bruder? Was soll ich dir dazu sagen? Sibel, ja, erstmal. Aber hier ist er, warte, warte, warte. Salamu alaikum. Alaykum salam. Wie geht's, wie steht's? Wallah, nicht gut. Warum hab ich X gemacht? Wie? Ich hab die Engländerin X gemacht. Komplett rausgeschmissen von meinem Leben. Warum? Bruder, abends, deine Freunde kommen hier rein bei mir. Hin und her und schreiten hin und schicken Bilder. Kurthibo macht Frauenhand. Kurthibo war bei Shema. Kurthibo war bei Shema. Kurthibo war bei Shema. Und hör mal, das ist so nur Tiktok, ja. Ende, weißt du was ich gesagt habe? Du hast mir damals ein Wort gesagt. Wallah, subhanallah. Komm mal, Allah hat geschrieben, dass irgendwann Yasir wieder, komm mal, an diesen Punkt komme ich, genau wo ich 180 bin. Du kommst gerade rein, weil Allah so will. Du hast mir gesagt, die Engländerin, Ibo, wenn du was falsch machst, die reden einfach sein. Weißt du noch? Ja. Wallah, so ist das. Alhamdulillah, dass keine Hochzeit passiert und nichts passiert ist. Die sollen reingehen, wohin die will. Scheiß drauf. Ibo, du warst letzte Woche in Verlobung. Ich hab dich da gesehen. Ja, richtig. Von meiner Familie. Ja, richtig. Ich war da. Ja, ich hab dich gesehen. Ich war auch sehr sauer auf eure Leute. Warum? Was passiert? Ja, so, wenn du gehst, Bruder, wenn du gehst, Bruder, wenn du gehst, auf dich möchtest. Wir sind keine Mardelli. Du warst von der Mardelli-Familie eingeladen. Ja. Bruder, du gehst da hin. Was bist du denn, Sarah? In Lebanon, Baddawiyye. Ah, okay. Hallo, Sarah. Nein, ist der nicht, Leute. Was ist das? Was bist du, Sarah? Ich bin Libanesin. Aus dem Libanon. Also richtig Libanesin. Ja, Baddawiyye. Wie soll ich das erklären? Aber egal. Ich wollte höre ich erst mal. Beduin, Beduin. Was heißt das? Ist das ein Aschmet oder? Erklär mal, Yasin. Was? Äh, Beduinen sind so, äh... Das sind so arabische Volk. Sind überall so Volk. Arabische Volk. Kamele, die Beduinen. Ach so, ich weiß, die kommen auch sehr, ich weiß... Kamele-Treiber. Kamele-Treiber, sind auch richtig. Aber es ist nicht Kamele. Aber das ist gut, aber es ist so schlimm, ist doch alles gut. Ja, ist so nicht schlimm. Nein, nein. Bei Ibo, hast du über mich geredet? Nein, nein. Dann lass mal diese dreckige Dings gerade. Ja, was soll ich über dich reden? Maja, ich küsste nicht. Sie sagen, hier, die schreiben mir, du hast nicht gut über mich geredet. Aber was soll ich erwähnen? Ach, die haben gesagt, Yasin, geh mal bei Yasin. Ja, was, Yasin, lass mal Yasin in Ruhe. Ich rede in Ruhe. Wie, lass mal Yasin in Ruhe. Ja, ich war gerade auf 180, wegen dieser Mädchen, wegen dieser Frauen, wegen dieser Dings. Und dann lässt du deine Wut an mir raus? Nein, ja. Und diesen Moment, ich war so. Hey, ich habe ein Video über dich gesehen, wo der Haro sagt, ich bin krank, ich bin krank. Wo ich rausgehe, ich gehe raus, ich werde gleich kranken. Hast du gesehen? Das Video ist richtig brutal. Yasin, egal was hier passiert, was die Leute schreiben, ich habe immer Respekt vor mir. Du bist mein Bruder, du bist in eine ganz andere Liga. Egal, babe, haus reidet? Egal, egal. Egal, egal. 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 Egal, egal. 1, 2, 2, 1, 2. Warlock, man. Egal, you'll? I'll go, mach Coel. D'oor in Ruhe. Egal. Anahe, anahe, man. I'll have a not, how can we get back? Man. Anahe, man. tomar, no, 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 no. Egal, wala, bea. Baca, absolutely, wala. hast du mit mir geredet gerade mit mir geredet ich habe hier mit denen geredet alles gut alles gut jenny leute einmal durchschneiden ja so wach jetzt schneiden wir diese bad ja wohl haben kürbis auf deinem bruder ja einmal nein mal mit schnurrbart sieht er besser aus nein so sieht besser aus aber du hast mir damals ein wort gesagt immer noch in meinem kopf geblieben menschen wo du gesagt hast engländer eine falsche bewegung ich habe ich habe viel gesagt aber wisst ihr wann ihr auf mich hört wenn das passiert aber an diesem moment keiner hört ich liebe das hier alle rufen an jasa wallah du hattest recht ich weiß auch ich weiß selber sehr gut von erfahrung das wird ende so passieren ich bin ein schwieriger mensch mit mir leben ist kann nicht jeder mit mir 50 kilo auftrag auf drücken mit mir kann man dann aber du musst runterkommen runter du bist jetzt auf gang 10 ja du bist auf gang bei auto auf 10 gibt es keine 10 aber du bist auf 10 du bist auf 10 runterkommen passt nicht ich sag du musst du hast passt oder ich bin von 100 gang bin ich auf 1 runter gekommen ja im muslim in islam darf ein hund in wohnung eintreten nein ja ich habe gesagt geht nicht diese hunde muss weg machen aber ebo ich will dir was erklären aber aber du musst mir zuhören ja bitte zuhören du heiratest du willst eine engländerin heiraten pass auf du kommst das darfst du nicht darfst du weißt du was sie sagt salam alaikum tschüss ja du musst aber langsam ein schritt eine treppe nach die andere nicht von unten auf russ ganz langsam geht nicht musst du ja wenn sie die wenn sie dich fragen jetzt ja sie fragt mich jetzt warum darf nicht hund in nach hause reingehen was hat sie was antwortest du in unsere glaube ist ist haben weil der ist schmutzig aber ja okay dein glaube sagt ihr aber warum was sagt dein glaube mein glaube sagt ist ein hund darf nicht darf nicht in wohnung eintreten aber warum doch hör zu warum weil weil da gebetet wird das in wohnung oder für jede sache gibt es einen grund eine erklärbaren grund der hund an sich ist nicht haben nein seine spucke ist unrein wo nur seine spucke mehr nicht nur die spucke von den hund du kannst mit ihnen spielen anfassen alles gab du kannst beten gehen aber wenn spucke auf dich kommt musst du wieder wo du machst verstehst du jemand erklärt dann musst du auch sagen wenn du es einfach so erklärt sagen wir kommen wir bekommen bitte aber ich will dir was anderes sagen oder wenn du sowas haben willst musst du doch ein vorbild sein verstehst du was ich meine du sagst das ist das ist nichts anderes das ist nichts anderes die sagt zum beispiel sie sagt zu dir ja aber du kommst drei uhr morgens kommst du nicht nach hause du hast keine arbeit kannst du hast was sagst du ich bin ein mann ja sicher oder alter heute hat das ist oder gibt noch was nicht kommen ich hab dich letztes mal erklärt jasse wir sind anders willkommen wollen wir wollen wir gehen wollen wir wollen bis wir nicht wenn du kommen und gehen willst wann du willst heirate nicht dann bist du frei genau da hat er aber wenn du heiratest hast du eine verantwortung zu tragen da hat er recht was sagst der kerry hat der kerry hat der kerry was sagst der kerry ich krieg mich gerade auf hier hat er recht hat er recht ich habe recht jetzt hast du ihn provoziert ich sag nur die wahrheit ich geh mal kurz zu ihnen rüber Geh mal zu. Ist der behindert bei Allah? Ja, Gespräch. Ja, Wallah. Und du hast, Maschallah, auch zwei Wichtige gefunden. Bruder, aber warum, wenn ich immer recht habe, du haust ab? Ich hab auch nicht ab. Ich würde einfach rausgehen von die beiden. Ja, dann sag es mir. Bruder, wir reden über eine Frau und zwei Frauen sind da drin. Nochmal, die werden sagen. Nein, nein, du merkst, ich... Ja, das habe ich schon lange gemerkt, Wallah. Aber ich verstehe, was du meinst. Bruder, guck mal, ich will dir eins sagen, guck mal. Es ist auch so, wenn du eine Frau heiratst, du sagst sie das, das, das. Dann sagst du dir, aber du machst doch das, das, das. Wie kannst du sagen, das ist Haram, wenn du Haram machst? Deswegen sagt man, arbeite erst mal an dir, damit du ein Vorbild bist. Okay? Danach kannst du über andere Sachen reden. Aber stell dir vor, hör zu, ich will dir was erklären. Stell dir vor, ich kiffe, ich mache dies, ich mache, ich gehe mit Frauen, ich gehe Alkohol trinken, dann sag ich die Frau, nee, dann darfst du nicht, das darfst. Dann sagt sie zu mir, hä, du trinkst doch Alkohol. Dann hat sie ja recht. Deswegen musst du ein Vorbild sein. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was... Das war richtig, da habe ich nichts dagegen. Ich wollte mich auch ein bisschen ändern. Ich wollte mich auch nicht so ein Leben sein, aber ich habe gemerkt, passt nicht, warum? Dieser TikTok stört einfach meine Zukunft. TikTok ist so, ich mache TikTok oder ich werde TikTok auf... Weil jeden Tag dieser TikTok-Problem kommt auf dich. Weißt du was? Einfach Salam Aleikum. Ich sage, ich bin offen mit dir. Alex, ich bist ein... Frauen sind nicht dazu da, um sie links wegzuschmeißen und zu machen, was du willst. Wenn du machen willst, was du willst, dann heirate nicht, Bruder. Nein, nein, ich habe auch... Du hast zwei, drei Kinder, ja? Okay, Salam Aleikum, tschüss. Sag die Frau, warum hast du diese Kinder gemacht? Susanna, vielen Dank. Verstehst du? Es ist eine Verantwortung drauf, Bruder. Du musst diese Verantwortung nehmen und dich um diese Verantwortung kümmern. Und ein Wort, ein Satz will ich dir sagen. Und vergiss diesen Satz nie in deinem Leben. Ein Mann, der sich nicht um seine Familie kümmert, ist kein Mann. Zitat Ende. Bruder, das ist 100%. Hä? 100%? Das ist 100%. Wenn einer seine Familie, seine Kinder in die Welt bringt und nicht auf die Arbeit, der ist kein Mann. Alles mal drei, Leute. Wir brauchen ein paar Boxhandschuhe gegen den Coach. Alles mal drei, Leute. Kommt. Fugli, wir brauchen fünf, sechs Boxhandschuhe. Das ist nicht so, das ist 100%. 100%? Wallah, Bruder. Wie, Welt? Höf? Hast du? Nein, nein, die Leute wollen sich rein. Bruder, ich hab schon lange... Imam, ich schluss mein Herz immer mal. Ich hab mir damals in Antalya schon aufgegeben. Ich bin jetzt nicht sauer, Bruder. Ich bin nicht auf einer Reaktion oder so. Mich fangt nur ab. Die Leute immer noch am letzten... Oh, Miskin. Assalamu alaikum. Wie geht's dir, Miskin? Yassad ist Politiker. Nein, Yassad ist nicht Politiker. Der redet einfach Realität. Bruder, wenn die sagen, ich rede einfach Wahrheit. Was hat das mit Politik zu tun? Ich hab gesehen. Wallah, diese Leute, was die... Wallah, Leute. K.H. Habibi K.H. Der ist privat. Scheiße. Jamal, nicht jetzt. Wir brauchen erstmal... 100%. Wir brauchen ein paar Boxhandschuhe, Leute. Bruder, die meisten, die meisten Leute... Wo ist der denn, Alter? Was ist denn mit denen los jetzt? Das glaube ich niemals. Bei Allah, das glaube ich niemals. Der ist doch gar nicht mal live. Alter, was stimmt, bitte. Äh, Evo. Aus Hamburg. Was? Ja. Worum gehst du? Die Hausabwehr haben wir aus Hamburg. Ein hatte Geburtstag. Die Hausabwehr aus Hamburg kamen die Angriffe. Ein hatte Geburtstag. Er wollte, dass ich sage, Geburtstag. Aber Evo, hol dir mal so ein zweithandy, zweithandy, dann kannst du eine live, eine telefonieren. Ja, Wallah. Wallah, du hast recht. Wallah. Wenn ich in diesem Monat gute Geld verdiene, ich kaufe mir einen. Leute, folgt alle diesen Account. Folgt alle. Was hast du jetzt gemacht? Ist das dein neues Account, oder? Das ist erstmal, ja, erstmal. Inschallah, ich kriege mein... Leute, alle zusammen, bis 100 Like, 100.000, 100k, durchschlagen, Leute. Turbo, Turbo, Turbo. Wie, weil ich soll ja wissen, was passiert ist. Ist hier der Hamza-Bruder was passiert? Ja, nee. Der hat irgendwie... Irgend... 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 Er hat sich mit irgendjemandem im Live gestritten. Ich habe das auf TVU gesehen. Achso. Ist formal. Wenn du hier reinkommst, passiert alles. Man muss sich warmatzen. Kann alles passieren. Ja, ja. Ja, ich habe eine Brennung. Oliver, äh... Ich muss bis Montag warten. Ich weiß es selber nicht, aber ich arbeite dran, Bruder. Dünya ist kalt. Ey, Wallah, Dünya ist kalt. Aber Ebo, Wallah, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, Wallah. Warum wieder? Was wieder passiert? Bei Allah. Ganz ehrlich, siehst du Brenno als deinem Freund, ja oder nein? Barrello, mein Freund? Sei ehrlich. Wallah, mein Freund bist du, ich sage dir ehrlich. Und Barrello nicht? Barrello nicht, nein. Doch, Bruder, der ist unser Freund, Bruder. Guck mal, ich habe... Wallah, ich bin ein bisschen... Bruder, ich sage dir ehrlich, nein. Ich habe einen... Barrello habe ich noch nie... Barrello hat mich genug... genug geschadet. Wallah, ich habe... Ich nehme Barrello niemals als Freund. Keine Chance. Er liebt mich, ist was anderes, aber ich... Was anderes. Du bist was anderes, er ist was anderes. Doch, nein, Haram, ja. Wallah, Haram, ja. Barrello ist... Er ist manchmal behindert, aber... Er ist unser Freund, Mann. Wallah, der ist... Der meinte, der ist... Du weißt, wie er ist. Ja, ja, wie viel mal so... Wallah, wenn ich hier Sachen leite, weiß ich mir, ist aber... An Ende, guck mal, das ist glaube ich eine Sache mit dem Schwanz. Wir können nicht mehr verhindern, wir sind viele Sachen passiert, wir reden miteinander... Ja, aber du konntest... Du telefonierst doch privat mit ihm und so, Bruder, bitte, ich küßle... Wenn du ihn nicht leiten kannst, dann würdest du niemals mit ihm privat telefonieren, Bruder. Ja, wir telefonieren, so planen, wir planen ein paar Sachen, aber mehr nicht. Ja, aber trotzdem, das bleibt freund. Gut, ich bleibe mit dir, Freund, warum soll ich mit dem Freund werden? X, wer ist deine Ex-Freundin? Leute, gleich alles mal zwei. Wir brauchen ein paar Handschuhe, Leute, wir brauchen ein paar Boxhandschuhe. Ich habe um ein Duschen geschickt, hast du gesehen? Salamu alaikum, Selma. Wie geht's dir, alles gut? 49. X und Selma, ich küse eure Herzen. Wir sind gerade tausend Leute, wisst ihr? Alle tippen, alles so am, alles so am. Äh, Saadu, ja, was denn, Bruder, was denn? Alles mal zwei. Jetzt alles so am, alles so am, alles so am. Wir ein Löwen, Miss El. Ria, Lewo. Alles mal zwei, Leute, alles mal zwei, alles mal zwei, alles mal zwei. K.H., ich küsse dein Herd. K.H., 41, 42. Imam, Habibi, Imam, wie geht's dir? Frankenstein, Lewo, Mohammed. Äh, Jasen, was ist mit Rambo? Ist er jetzt wieder da, oder? Äh, Bruder, Rambo ist Rocky geworden jetzt. Er ist nicht mehr Rambo, er ist Rocky. Wie? Er ist doch Rambo, ne? Ja. Jetzt ist er Rocky. Okay. Verstehst du? Du hast gar nichts verstanden gerade, ne? Ich hab verstanden, er ist jetzt Rocky, er ist im Gefängnis, hab ich verstanden. Äh, ich weiß nicht, Bruder, du sagst mir, wie geht's ihm? Ich weiß es nicht, Wallah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Leute, er hat nichts verstanden, Wallah. Aber er ist Rocky geworden. Echt? Ah, gut. Raki, Bonbon, ja. Tschöi, ich küsse dein Herd. Amina, ich küsse dein Herd. Leute, wir brauchen unbedingt Boxhandschuhe. Wir brauchen Boxhandschuhe. Okay, Imam, du bist ganz oben. Ich hoffe, du kriegst gleich ein Boxhandschuh. Diese Dings ist voll ungewohnt. Memo, ich küsse deine. Memo King. Queen 777. Ich danke dir. Was ist das für eine Frage, Bruder? Schon geschehen, Bruder? El Plasico, aleikum, salam, bruder. Sero, salam aleikum. Fahid, Fadila, salam aleikum, Fadila. Fadila, wie geht's dir? Fadila, du kannst hier schreiben. Nala, grüß dich. Hey, Rommel. Fadila, ich hoffe, dir geht's gut. Fadila, stabile Nummer. Wala, lange nicht mehr. Fadila, küsse Fadila. Fadila, küsse Fadila. Fadila, gib Rommel, das ist ein schönes Lied. Imam, du hast ein Boxhandschuhe. Wie kriegt man diese Boxhandschuhe? Du musst in die Kamera gucken. Guck in die Kamera. Jetzt musst du einmal so. Mach so. Lass mal, ja, ja. Ibu, ja, mach einmal so. Lass mal, ja, mach einmal so. Oder habe ich mir die Kürtelbeutel, weißt du, ich mache Boxhandschuhe? Warte, okay, mach Brille, mach Brille so. Mach einmal so richtig in deine Augen und danach kommt eine, mach. Ich bin nicht, ich bin nicht. Ula, ich sag dir, ich mach Spaß mit dir. Ich sag dir, wie du ihn kriegst. Dein Top-Supporter, wenn du die Runde gewinnst. Ja. Maja, vielen Dank. Wenn du die Runde gewinnst. Dein Top-Supporter der Runde kriegt dann einen Boxhandschuhe. Ich pisse dein Herz. Ende der Runde. Aber muss nicht immer sein. Wollah, diese Blumen, diese Rose hast du mir jetzt gesehen. Ich wusste, wenn jemand vier Rosen gibt, da kommt dann mal zwei, mal drei. Das wusste ich ehrlich nicht. Du bist seit, wie lange bist du drin? Seit fünf Monaten, ein Jahr? Mehr, mehr, mehr. Seit ein Jahr und du weißt nicht, wie das geht, Bruder? Dein Herz? Nein, Wollah, nein, Wollah, ich weiß nicht. Leute, wir brauchen ein paar Boxhandschuhe, Leute, Vollgas. Nein, ich küsse dein Herz. Wir matchen gleich gegen Coach Frankie, Leute. Wir matchen gleich gegen Frankie. Genau 15 Minuten. Wollah, dieser Frankie, dieser Frankie muss ich auch was ballen, Wollah. Er soll sich nicht so viel lustig über dich machen, Wollah, ich balle in der Haupt. Über mich? Ja, ja. Dein Ernst? Susanna, ich kriege dein Herz. Wie, was meinst du? Ja, mach mal, du merkst das nicht in live. Genau wie, er macht schon, Abim. Wollah. Bruder. Bruder, in Wirklichkeit, aber keiner merkt, Bruder, das ist doch, ich bitte dich, der steht hinter der Kamera, mach diese Faxen, Bruder, lass mal diese Filme, sie machen nur Filme. Thomas, klar mache ich, hier, Thomas, schon geschehen. Ich küsse dein Herz, Bruder. So, Sado, okay, ich habe jetzt verstanden. Leute, gleich alles mal zwei. Gleich alles mal zwei. Alles mal zwei, Leute, alles mal zwei, wir brauchen Boxhandschuhe. Wir brauchen Boxhandschuhe. Loh, ich küsse dein Herz, Loh. Susanna, vielen Dank. Alles mal zwei, Leute, alles mal zwei, alles mal zwei. Ria. Weiß das ja auf dein Kopf. Das ist Kürbis. Maja, ich küsse dein Herz, ich danke dir. Oh, wer ist das? Schuh Habib. Ahla, Schuh Habib. Kaha. Smitty. Ja, Sado, was rät's? Lauf an die, Alter. Bruder, der macht doch sein Ding und kommt, warum, warum steht euch das? Kommt, Anna war heute live? Ibu, wie viele Monate hat ein Jahr? Daniel, sag mal bitte. Völf Monate. Fünf. Zwölf. Ach so, ja. Warum? Wie viele Tage hat ein Jahr? Traun 65 oder so. 355. Nee, 65 muss sein. Äh, Ibu. Was geht das von? Kürbis ist 20 Jahre geschehen, Mann. Geht's dir gut? Ayran. Jasir Abouchaka, sag mal bitte, Dings, ABC. Sag aber erst du, danach ich. Wallahi, ich hab letztes Mal diese mit deinem Bruder gesehen. Ich kann nicht sein. Ich sag, Wallahi. Nein, nein, sag du, sag du. Ich weiß, Wallah, ich weiß. Sag einmal du, dann sag ich. Ich nicht, ich weiß nur die Halbe. Sag die Halbe. Die Buchstaben weiß ich, aber ich kann nicht. Dann sag die Halbe, sag die Halbe. A, B, C, D, E, F, J, K, J, H, keine Ahnung. J, K, J, H, ja. Fast, so hast du fast geschafft. Guck. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Und dann muss Ibo ins Bett. Mein Bruder, aber was anderes. Das hast du sehr stabil gesagt. Aber Kurt Ibo hat was anderes auch gemacht. Kurt Ibo war, wo du in der Schule aufgepasst hast, Kurt Ibo war auf die Welt, auf die Reise. Ich habe mehr im Leben kennengelernt. Zitat Ende. Jaja, das ist okay, sehr gut. Gefällt mir. Gehört dir. Ich habe wieder keinen Boxhandschuhe, Alter. Wie keinen Boxhandschuhe? Ballert mal halb, Boxhandschuhe. Ja, was geht hier? Shua Habib, ich danke dir. Susanna, vielen Dank. Lau, vielen Dank. Maja, vielen Dank. Ali, Kasim, Ria. Okay, mach. Wo ist, äh, 81 hat glaube ich auch einen. Wo ist Baralo? Äh, Baralo ist immer noch im Knast. Wo soll der sein? Wallah, ich habe diese Frage am Tag. Wie viel mal höre ich? Wallah, ich kann nicht mehr hören. Wo ist Baralo, ja? Was? Was? Keine Ahnung. Ich habe doch mit Umut geredet. Er ist immer noch angeblich drin, oder? Keine Ahnung. Guck mal, ich habe immer noch. Immer noch. So, Shua. Leute, wir brauchen ein paar Boxhandschuhe. Leute, kommt. So, Shua. Kaha, ich küsse dein Herz. Meinungsloserbe. Äh, 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 äh. Ich habe mit ihr in Serben nicht so viel Kontakt. Der Wrim, Habibi, der Wrim. Okay, der Wrim. Oh, Sparsch, Sparsch, Sparsch. Ich küsse dein Herz. Ivo? Ja? Sag mal ein Zitat. Wallah, ich habe gerade Schmerzen. Wo hast du Schmerzen? Alter, der Typ, mit dem kannst du nicht live. Hakuna. Äh, ja, so. Alter, der Typ. 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 Was ist das, Alter? Jedes Mal das selbe mit dir? Bilo. Salam aleikum. Salam Bilo. Telefon, komm. Bilo. 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 Alhamdulillah. Meinung zu Bosnien. Ich muss warten, Bruder. Wallah, meinung zu Bosnien. Ich kenne viele Bosnien. Sehr stabile Leute sind das. Robi. Salam aleikum, Robi. Keine mal zwei, ja? Ne, keine, Wallah. Ja, so, du rauchst auch viel, ja? Wallah, Wallah, du hast recht, ich rauche echt viel. Wallah, ich. Ich habe gemerkt, wenn ich ein bisschen sauer bin, ich rauche viel. Ist immer so. Die Leute wollen wissen, was ist jetzt mit der Hochzeit mit der Engländerin, was passiert jetzt? Keine mal. Nichts. Einfach nichts. Niemals wird das. Egal was passiert, niemals. Ich werde lieber sterben, als diese Menschen in mein Leben wieder reinzudenken. Sie taten das. Niemals. Und wenn ich, ich sage hier, offen für alle Menschen, offen. Niemals wird das passieren. Wenn, wenn der auf seine Freunde Kreisung noch links kommt, dann heirate mit deiner Freunde Kreisung. Bleib mit dir. Kommt der nicht dann zu mir. Zitat Ende. Zitat Ende, genau. Aber, aber, äh, aber was ist passiert? Die Leute wollen die Geschichte wissen. Erzähl. Bruder, gibt keine Geschichte. Geschichte ist das. Ich war gestern mit Shirin, ich war gestern mit Shaima noch. Und, Shaima ist auch gerade drin. Äh, du bist, du bist um 3 Uhr nachts vor jemanden seine Tür und so. Meine Freundin hat mir, ich habe immer zu, deine Freundin will, dass du ihn verletzt. Deine Freundin will ich nicht kennenlernen. Habibi. Ja. Ja, erzähl weiter. Ja. Ich bin gerade hier drin, guck mal. Ich sehe das. Die sind gerade hier drin. Tamam. Erzähl weiter. Ich habe gesagt, dann, deine Freunde sind Anwälte, die erzählen dir über mich. Ibu Mataas, Ibu Mataas, Ibu Mataas. Die wollen nicht einfach, dass du mit mir zusammen bist. Zitat Ende. Wer will die? Die Freunde von dir. Aus hier, aus Hannover. Die wollen nicht, dass sie mit dir zusammen ist? Dass sie nicht mit mir zusammen ist, ja. Haha, ich küsste nicht. Die versuchen seit Monaten kaputt zu machen. Und dann haben wir Ende geschafft. Weil die haben ihm Gehirnwäsche gegeben. Tamam. Ich habe ihn sehr entscheidet. Deine Freunde und so. Und dann hat er mir so dreckige Sätze geschrieben. Dann habe ich ihn komplett blockiert. Evo, 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 Evo. Du machst Sachen. Ja, ich möchte bitte meine 4.000 Euro haben. Was du mir schuldest. Bitte bring mir 4.000 Euro. Zitat Ende. Wer hat Boxhandschuhe? Jemand hat Boxhandschuhe bekommen. Wer ist das? Ich. Habibi, ich glaube, du hast Boxhandschuhe bekommen. Ne, Habibi? Habibi, hast du Boxhandschuhe bekommen? Ich? Okay. Leute, wir haben jetzt 2 Boxhandschuhe. Okay, tamam. Warte, wie soll ich dir mal erklären? Bruder, wir brauchen den gleich. Ich denke gerade, du hast es gerade ja. Hä? Dein Bruder hat gerade seine Verlobte verloren aus England. Er hat Schmerzen. Du redest über Boxhandschuhe. Okay, okay. Mein Beile. Aber Bruder, Wallah, mein Beile. Aber Bruder, ich sage dir ehrlich, guck mal. Guck mal, ich nenne dich Bruder. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Evo, du bist, guck mal. Du musst aber die Wahrheit verkraften. Aber Bruder, du schießt mal auf mich. Du musst fragen. Warte mal, warst du weiter? Ich bin gerade keine Frage. Wenn du zuhörst, weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Aber hör mal zu, mein Bruder. Ja. Wo du mich gerade beruhigst, du redest mir gerade. Ivo, das, 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 das. Bruder, du musst mir normalerweise sagen, Bruder, mach mal dein Handy aus, leg die Schienen, bete zwei Rakate gebeten, dass du runterkommst. Aber wenn ich dir sage, Bruder, ich habe dir das hundertmal gesagt, aber du hörst nicht, Bruder, du hörst nicht. Was soll ich dir machen? Ja, guck mal. Einzige Liebekomma ist Gebet. Einfach Abtests nehmen. Ach, du hast Liebeskomma? Ja, ist Endeffekt, ist was passiert, ja nicht. Wir sind doch Menschen. Ja, siehst du? Das, das ist doch schön, was du sagst. Aber Bruder, du hast Liebeskomma. Aber was hast du falsch gemacht? Erzähl mir doch die Wahrheit, sonst kann ich dir nicht helfen. Und ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich habe nur TikTok gemacht. Mich bin ich immer mit Frauen live, das war's. Ach, deswegen? Ja. Siehst du? Das ist aber eine andere Frage. Ja. Du sagst, ein Mann macht, was er will. Richtig? Komm drauf an. Komm drauf an, was er macht. Aha, jetzt kommt drauf an. Ja, jetzt, jetzt, jetzt verbesserst du dich. Weil Allah, jetzt verbesserst du dich. Warte. Wenn deine Verlobte TikTok machen will, erlaubst du? In unseren Gesetzen gibt es was nicht. Dankeschön. Wenn deine Frau, du gehst mit Frauen. Sie sagte, geh nicht mit Frauen. Warum gehst du mit Frauen? Das ist, gehst du gerade gut. Ich rede gerade hier. Warum gehst du live mit Frauen? Können wir das? Bruder, das ist nicht, guck mal. Du kannst machen, was du willst. Aber das hat was mit. Bruder. Bist du mein Bruder oder nicht? Schick mal jetzt ein Ticket zu mir, dass ich jetzt Urlaub gehe, dass ich runterkomme eine Woche. Okay, aber ich will dir was erklären, Bruder. Bei Allah. Lass uns nur eine Woche reden. Ich will dich nicht fertig machen. Aber guck mal. Die Frau testet den Mann oft. Und hör zu. Dieses Respekt, so dass du sie respektierst. Weißt du, wenn sie sie, du respektierst sie, das bedeutet sie sehr viel. Weißt du, was ich meine? Wenn du eine Frau nicht respektierst, Bruder, bei Allah, bei Allah, die fühlt sich an wie irgendein Stück Fleisch. Verstehst du, Bruder? Ibu, hörst du mich? Wallah, ich rede mit Wand, ja. Mach mal ein anderes Thema. Ich habe gesagt, nein. Leute, alles mal zwei. Wir brauchen noch ein, zwei Boxhandschuhe. Mach mal, guck mal, wo gerade warm ist. Mach mal eine Woche. Ich brauche mir so Urlaub. Ich muss runterkommen. Susanna, vielen Dank. Danida, vielen Dank. Leute, wir brauchen noch ein, zwei Boxhandschuhe. Leute, kommt. Bitte. Danke. Danke. Ich bin jetzt bei esses Pä